Ja und hallo meine Freunde, zu einer weiteren Runde Betz machen wir heute dieses Distanz-Hacking-Gerät-Style. Hmm, Nordbrille auf und ab geht die Luzi. Nein, keine Nordbrille auf. So, ich habe mir jetzt auch die Zeit gestellt, damit ich mich hier ordentlich verabschieden kann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, warum geht es jetzt hier wieder los? Ähm. Sieh, ich schuf ein, so sage ich schon mal kläglich. Na. Komm. Ah, haben wir hingekriegt. Profis, einfach nur Profis. Mach mal jetzt hier die Luzi auf. Mach sie auf. Mach sie auf. So, sind wir mal hier drin. Klettern, keine Lust. Uh. Aha. Leise, leise, leise. Was ist hier? Drohnen. Die andere 2isance. Jetzt sind wir, nun drohnen. Und, schwerbewaffelnde Geld noch. Hm, wir machen es am besten. Aber du hast die Multicode. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Cool. Sehr schön. Sie ist elektronisch verriegelt. Wenn ich die Steuerkonsole finde, kann ich sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät knacken. Was ist das? Okay. Ah, hier ist sie doch. Ah ne, da. Oh, yes. Tür auf. 19. So. So. Es soll einen Grund geben, weshalb Sie da sind, Sir. Was haben Sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn Sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber Sir, Sie haben die Chance, Sie zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Herr Fred. Dann gehören Sie zu den Herren. Nee, das wird ziemlich noch Quatsch. Hm. Die Falltür sieht aber einladend aus, oder? Wo ist er denn? Puh, kurzer Schrocken. Ich sollte jetzt die volle Kontrolle über das Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben. Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole. Hä? Achso? Oooooooohh Oooooooohh Ähm, war das jetzt richtig, dass ich das Ding ausgeworfen hab? Naja Oooooohh Ähm Das macht zwar viel Fun So, was muss man denn jetzt hier lang? Was muss man denn hier machen? Mal wieder raus hier, das ist ein bisschen so Quatsch Mal wieder runter gehen Und raus müssen wir jetzt hier auch nicht, oder? Hä? Mach Scarecrow auf der Luftschwissen-Stage und der Preis aus, finde ich Naja, dann Was trinkt mir denn, wie so ein Nike-Mist? Nichts Niente Hä? Wenn ich löse dann Ha? Wie bitte? Was? Muss ich halt nur gucken und dann neigen. Was trinkt mir das jetzt? Mann ey, ich zeig mich grad wirklich nicht dumm an oder seh ich es einfach mal nicht? Hallo, hallo, hallo? Kann schon rausgehen und neigen? Geh mal raus. Oh hier, ein Riddler. Ich will raus hier. Hä? Was? Was? Deck nur hoch, der Fahrer ist hier total besoffen. Ey, was ist hier los? Also, ich hab keine Ahnung was machen sie. Ey, was ist hier los? Also, ich hab keine Ahnung was machen sie. Ja, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist es weg in Verbindung. Was? Keine Ahnung. Da stell ich mich grad wirklich zu bekloppt an dafür, ey. Ey, du renn doch nicht wieder hier hoch, ey. Oh man, das Video wird scheiße. Oh man, das Video wird scheiße. Was soll ich denn jetzt hier machen, Mann? Ist hier wirklich so bekloppt gerade? Was prägiert das denn? Alter, hallo. Zeig mir doch mal irgendwelchen Scheiß an hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Fingerabdrücke nicht erkannt. Zugriff verweigert. Was soll ich mir das denn jetzt hier bringen, hä? Nichts. Och mann, toll ey. Na toll. Ja, toll. Ah, ok Leute, da breche ich jetzt hier ab, ich stelle mich gerade wirklich zu bekloppt an, ich sehe es ja einfach nicht. Ich versuche jetzt mal mehr Glück ohne Let's Playen, fangen wir dann wieder an mit Let's Playen. Tut mir leid Freunde, cheerio.